3, 2, 1, los! Von explosiven Paddelschlägen angetrieben schießt das Boot durch die Lichtschranke. 100 Sekunden totale Anspannung und volle Konzentration sind gefordert. Millimetergenau muss das Kajak durch die Torkombinationen gezirkelt werden. Jetzt bloß keinen Torstab berühren und Strafsekunden kassieren. Die Kräfte schwinden, trotzdem wird das letzte bisschen Power in den Zielsprint gelegt. Sieg! Kanu-Slalom vereint Dynamik und Ästhetik, verbindet Natur mit Sport und kombiniert ein frisches Image mit absolutem Hochleistungssport. Der Deutsche Kanu-Verband ist seit Jahren der zuverlässigste Medaillenlieferant bei Olympischen Spielen. Leistungssport kostet viel Zeit, Mühe und Geld. Langfristige Spitzenleistungen sind nur mit zuverlässigen Partnern zu bewältigen. Unterstützung kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Wir streben individuelle Lösungen an, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Neugierig geworden? www.teamkanu-slalom.de 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 www.teamkanu-slalom.de